machen wir das wie ja zum holz posten hin kommt hier der hebe ran er leitet das signal weiter entschuldigung leute ich konzentriere mich gerade nur theoretisch ja hier aber ganz kurz perfekt geht es dann so weiter einfach so nicht da ist dann der hebel da können wir dann hier noch schilder ansetzen das sollte daran nicht scheitern hier dann wieder das gleiche kurz ein bisschen raus bauen wir müssen weg kommt hier der verstärker hin dann wird es dann pop pop und hier der hebe effekt ja da das darf nicht passieren ich unterbrechen das signal und hier kommen dann wieder treppen hin perfekt bisschen hier unsere essensfarm verschönern dann machen wir noch kurz ganz ratzifatzi zerschöner hin wo haben wir sie dann haben wir keine haben wir schon mal einen stock kriegen wir nicht immer drei schüttel das ja erntehebel ernte erntehebel erntehebel errichten perfekt und da können wir dann und da können wir dann so weiter schreiben ernte lager belast erhamter so das sieht ja schon mal nicht mal so schlecht aus so jetzt wollen wir den weg natürlich hier weiter reziprikatorisch ich würde sagen hier fahren wir direkt an den stufen dann nicht je nach normal da brauchen wir wieder gleich lampen da auch ich hoffe da sind noch pelzlampen was hier müssen wir auch pelzlampen noch einsetzen wo sind die denn die guten lampen dann haben wir keine pelzlampen mehr das hört ja scheiße erstmal hier runter fix magie fix da sind auch keine dann gehen wir jetzt in so gute putze gehen pennen und hoffen dass wir da noch pelzlichter haben aber eigentlich sollten wir immer noch pelzlichter haben ich habe keinen bock jetzt um extra losziehen zu müssen wegen pelzlichter wegen den weg das würde mich ein bisschen frustrieren zack so da sieht es schon mal schlecht aus ah perfekt aber erstmal die gute ofenkartoffel zum schlafen gehen zwei stück entschuldigung und dann gehen wir fix eine gute putze oder putze und neichen schneichen schlafen und drehen wieder in aller frische auf perfekt schön aus dem bett rausgerutscht in den nächsten tag und machen den weg jetzt weiter sieht auch scheiße aus mit den wegen oh darf ich scheiße sagen nein so halber block da kann ich wieder so zack 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 da 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 dann hier ja normal und hoch ist der wichs gefällt mir eigentlich muss ich jetzt mal so sagen hier hier hat dann er da hin zack zack ja mach mich aber ein durchbruch würde ich sagen so sieht gleich schöner aus und das hier weg den kletterradatsch hier so bisschen listiertisch hier aussehen lassen so die blöcke bauen wir dann direkt da drüben wieder ein in diesen löchlein hier ah werde ich glaube ich da noch mehr erde holen notfalls es triggert mich maximal hier dass diese lücke ist so hier ein bisschen weg und ja erstmal ne das ist scheiße dafür da vorne müsste ich eine erde drin haben eigentlich ja mehr als genug erde also so dann bauen wir hier kurz das schandfleckchen hier weg so mal ne ganz reingeschmissene frage hättet ihr bock dass ich auch horrorletsplays mache dass ich mich wirklich richtig einkacke und ihr mir zuschauen könnt lasst das mir mal in den kommentaren wissen oder anhand eines likes so dann hätten wir das auch erledigt dann kann man hier so lang gehen theoretisch so ich glaube ich möchte es so beibehalten mit den pilzlichtern aber hier draußen brauche ich vielleicht alle ein wir ein zwei drei 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 vier drei drei vier vier meine ich natürlich das hat was das kann man euch so beibehalten her weckte sondern theoretisch in der theorie in der theorie um sie so ganz fröhlich hochkampel so lalalala essen zwar würde mal hin da guck mal nach läuft ja und dann gehst du so weiter drücken wir nicht und dann kannst du weiter gehen und dann geht es immer weiter und dann möchte ich eventuell ich muss mich kurz orientieren hier waren ja keine großen gewässer glaube ich es war ja alles nur getümpelt hier alle ja gibt es hier so alles nur getümpelt glaube ich da geht es denn schon raus hier so lang eigentlich wollte ich so einen kleinen hafen machen wenn ich dann mache ich da so einen kleinen steg können so ein fischer fischermann zeuschen und dann so ein steg hier so raus müsste das hier mal weg muss ich ganz ehrlich sagen oder nicht unbedingt da lassen wir uns sowas einfallen so gehen mal wieder in unsere gute bude und was mich auch vielleicht noch mal interessieren würde was hier von thematik live stream eigentlich halten wollen würdet da der pro oder kontra der bock darauf mich live zu sehen wie ich stream oder muss doch nicht sein müsst ihr nur ein feedback da lassen so hopp 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 zack und dann jetzt unseren schlafbereich und kicken wir ein bisschen raus jetzt